Welcome back ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute schauen wir auf ein spannendes Thema und zwar, ich will zeigen, dass man mit langweiligen, in Anführungszeichen langweiligen Aktien aus dem Basiskonsumbereich, in der heutigen Episode sozusagen, wir schauen uns auch andere Sektoren dann an, aber heute geht es mal um Basiskonsum, also eher um langweilige, ja stabile Unternehmen, die aber nicht mehr krass wachsen, sondern eher, ja so Slowgrower sind, einfach so im Markt etabliert, ein stabiles Geschäftsmodell haben, aber eher keine Heimat. Highflyer an der Börse sind, wie zum Beispiel eine Nvidia, so diese ganzen Tech-Unternehmen. Nein, heute geht es um langweilige Unternehmen, die es aber trotzdem geschafft haben, innerhalb der letzten 10 Jahre den breiten Markt, den S&P 500 in den USA zu schlagen. Wir haben drei amerikanische Unternehmen dabei, wo man eher denken würde, ja das sind jetzt keine Wachstumsraketen, muss man wirklich sagen, aber sie haben es trotzdem geschafft und das will ich heute in der Folge mal irgendwie so klarstellen, dass es nicht immer darum geht, immer nur diese ganz krassen Highflyer im Depot zu haben. Das kann man machen, das heißt aber noch lange nicht, dass es dann selbstständig ist, eine unglaublich gute Rendite zu erwirtschaften. Mit ein paar Aktien war das natürlich möglich, aber es ist eben auch möglich, mit langweiligen, aber etablierten Geschäftsmodellen eine sehr, sehr schöne Outperformance, eine Überrendite zu erwirtschaften. Darum soll es heute gehen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das gefällt. Kommentiert mal, welche von den Unternehmen kennt ihr oder habt ihr im Depot? Es geht heute um drei Unternehmen. Ihr könnt mir aber auch gerne mal kommentieren. Kennt ihr noch weitere Unternehmen, die vielleicht oft eher als langweilig dargestellt werden, aber eigentlich ziemlich spannend sein können, auch wenn es um die Kursperformance geht? Gerne kommentieren und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt Einfache Aktien und jetzt starten wir rein in drei Unternehmen im Basiskonsumbereich, die es geschafft haben, in den letzten zehn Jahren den S&P 500 outzuperformen. Let's go! Wir gehen rein und am Anfang schauen wir natürlich erstmal auf die Performance des S&P 500, weil das wollen wir ja als Vergleich erstmal hinziehen oder hinnehmen. Ja, das ist jetzt der Maximalchart. Wir gehen jetzt auf zehn Jahre. Es geht heute mal um den Zehnjahresvergleich und die letzten zehn Jahre liefen wir an der Börse, also ja klar, mit ein paar Ausnahmen, aber eigentlich relativ gut, muss man ja sagen. Wir haben wirklich eine absolute Boomzeit gehabt. Leider bin ich noch nicht so lange dabei, aber lange Jahre waren ja auch wirklich sehr, sehr lange von diesen zehn Jahren, was auch wirklich, wirklich lief sehr gut. Dann kam natürlich Corona. Wir haben jetzt nochmal eine große Krise, klar, aber man sieht schon, wir haben 153 Prozent mit dem S&P 500 Kursperformance jetzt ohne Dividenden gemacht. Das ist in zehn Jahren schon gar nicht so schlecht. Das ist wirklich, wirklich gut. Und der S&P 500, wisst ihr ja wahrscheinlich, lief sogar besser, also der amerikanische Markt lief besser als der Weltindex, der MSCI World zum Beispiel oder der DAX oder andere europäische Indizes. Da lief der S&P 500 wirklich, wirklich gut. Also das ist schon wirklich eine krasse Benchmark, wenn man das schafft zu übertrumpfen. Aber wir haben uns jetzt mal, oder ich habe mir jetzt mal drei Unternehmen rausgesucht, die es geschafft haben, wo man nicht sofort denken würde, dass sie das wirklich schaffen. Schauen wir uns gleich mal an. Aber wir halten jetzt mal fest, der S&P 500 bei 153 Prozent der letzten zehn Jahre. Starten wir rein ins erste Unternehmen. Ja, und wir sind angekommen bei McDonald's. Ja, McDonald's ist ein unglaublicher Dauerläufer an der Börse. Ich meine, ihr kennt alle die Produkte von McDonald's. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was euer Lieblingsprodukt ist. Ich kann es euch gerne mal bei mir sagen. Es ist, weil ich ja, ich persönlich esse kein Fleisch. Es ist dann schön, da habe ich mich gefreut, dass es natürlich ein McPlant mittlerweile gibt, obwohl ich den jetzt nicht super, super, super finde. Aber das ist so meine Wahl. Ihr könnt mir mal reinschreiben, welche von den Bürgern sind so eure Favoriten. Ich würde sagen, jeder von uns geht hin und wieder mal zum McDonald's. Das ist ein unglaublich etabliertes Geschäftsmodell. Krisensicher. Es sind immer irgendwie Schlangen vor der Tür, auch in den jetzigen Zeiten. Ich habe jetzt gelesen, dass McDonald's seit 30 Jahren das erste Mal die Royalty Fees, also die Fees an die Franchise-Nehmer, die ja die Restaurants betreiben und dafür eine Gebühr an McDonald's zahlen, dass sie jetzt das erste Mal seit 30 Jahren angehoben haben. Also da wird wieder ein bisschen mehr Cashflow auch für die Firma McDonald's reinkommen. Und McDonald's ist übrigens auch ein ganz, ganz großer, aber das hat sich glaube ich schon auch umgesprochen, ein ganz, ganz großer Immobilienbesitzer auf dieser Welt, weil sie ganz viele von den Immobilien wirklich selber auch besitzen, in denen diese Restaurants sind. Also sie haben auch nochmal einen großen Wert an Immobilien in der Bilanz. Das ist auch wirklich beeindruckend. Es geht also nicht nur um den Verkauf von Burgern und von irgendwelchen Chicken Nuggets und so weiter. Und der McAfee, die McAfee-Sparte ist ja auch ziemlich erfolgreich. Ich will damit nur sagen, wir haben ja ein unglaubliches Dauerläufer-Unternehmen und McDonald's hat es geschafft, innerhalb der letzten 10 Jahre den S&P 500 zu schlagen. Und das werde ich euch jetzt beweisen. Wir gehen drauf auf die 10-Jahres-Performance. Wir haben ja gesehen, bei 153 oder 155 Prozent war es beim S&P 500. Bei McDonald's ist es nochmal ein gutes Stückchen mehr und zwar 179 Prozent. Es ist keine absolute Outperformance, jetzt nicht, aber wenn man auf ein so solides Unternehmengesetz hätte in den letzten 10 Jahren, wäre man sogar besser gelaufen als der S&P 500. Und das finde ich persönlich schon mal eine ziemliche Ansage, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort damit gerechnet hätte. Das finde ich schon gut, das finde ich beeindruckend. Es ist ja nicht so, dass man mit McDonald's ein absolut ganz großes Risiko an der Börse eingegangen wäre. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass es in den nächsten 10 Jahren natürlich auch wieder so läuft. Das kann keiner sagen, aber ich finde, es ist zumindest mal wirklich erwähnenswert, dass eine so solide und, würde ich jetzt sagen, für viele Anleger vielleicht auch zu langweilige Firma, wie McDonald's es geschafft hat, den S&P 500 in der Kursperformance auch auch zu performen. Die Dividenden kommen natürlich nochmal mit drauf, die kommen aber beim S&P 500 natürlich auch mit drauf. Aber auch da würde ich jetzt mal sagen, dass sie das im Total Return auch geschafft haben, weil McDonald's ja auch eine absolute Dividendenaktie ist, ein schönes Dividendenwachstum haben, das schauen wir uns nämlich auch gleich nochmal genauer an. Wir halten jetzt fest, 180 Prozent innerhalb von 10 Jahren geschafft McDonald's in der Kursperformance, kann man echt wirklich nichts sagen. Wir gehen auf die Dividende und das ist nämlich auch ein wirkliches Qualitätsmerkmal für die Firma McDonald's. Wir sind jetzt im konsumzyklischen Bereich, würde es jetzt der Aktienfinder einordnen. Ich würde sagen, es ist absolut nicht zyklisch das Modell von McDonald's, weil, das haben wir auch gesehen, in den Krisen können sie die Preise auch relativ gut auch weitergeben an ihre Kunden, Preise erhöhen oder die Läden sind nach wie vor auch einfach gut gefüllt, weil man sich dann eher mal bei McDonald's wahrscheinlich was gönnt, also als jetzt in einem, weiß ich nicht, vier Sterne Restaurant, wenn man das Geld ein bisschen zusammenhalten möchte in so einer Inflationsphase. Genau, sieht man jetzt wirklich nicht, dass McDonald's absolut krass Umsatz- oder Gewinneinbrüche irgendwie hat. Das ist ja auch ganz klar. Deswegen würde ich sagen, Konsum ist jetzt eher nicht zyklisch. Der Sektor Restaurants, genau, Mitarbeiter 150.000, ein Börsenwert von mittlerweile 187 Milliarden. Wir gehen auf die Dividendenrendite. Die ist bei 2,23 Prozent, das ist eigentlich echt ganz, ganz schön. Vier Ausschüttungen im Jahr. Wir steigern seit 47 Jahren die Dividende bei McDonald's. McDonald's geht ganz, ganz straight zu auf den Dividendenkönig. Seit 47 Jahren, jedes Jahr die Dividende erhöht. Das ist absolut krass, das ist wunderbar. Für jeden Dividendeninvestor ist das, finde ich, eine durchaus schöne Alternative, die man sich anschauen kann. McDonald's findet man ja eigentlich auch wirklich in fast jedem Dividendendepot. Kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben eine Stabilität der Dividende von 1, also von 1 Prozent, von einem Punkt sozusagen. Also wirklich bei dem Höchstwert. Payout auf den Gewinn und Free Cashflow. Free Cashflow ist bei 67 Prozent. Auch da sehen wir, es ist eine sehr gesunde Ausschüttung. Wir sind nicht in einem zu hohen Bereich. McDonald's hat also das Geld, was sie erwirtschaften, können sie eben auch ausschütten. Und das ist eine sehr, sehr gesunde Sache. Das gefällt mir gut. Wir haben die Steigerung der letzten fünf Jahre, seht ihr hier, bei 8,63 Prozent. Die Steigerung der letzten zehn Jahre bei sieben. Wir haben also in der letzten Zeit nochmal einen leichten Anstieg sogar. Der Dividenden gesehen, sehr, sehr toll. Und die Steigerung erwartet ist bei 8 Prozent, über 8 Prozent auch. Also McDonald's finde ich persönlich, kann man wirklich sich auch mal überlegen, wenn man jetzt, klar, man will ein solides Unternehmen. Wir haben hier ein relativ schwankungsarmes Unternehmen. Wir haben hier keinen Tech-Highflyer. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass es geschafft hat, dass McDonald's es geschafft hat, ein S&P 500 out zu performen und eine sehr, sehr schöne Dividendenhistorie auch an den Tag zu legen. Unabhängig jetzt von der Kursperformance. Gefällt mir McDonald's wirklich, wirklich gut. Man muss natürlich auch immer gute Einstiegspunkte erwischen. Ich würde sie jetzt nicht immer sofort am All-Time-High kaufen, das jetzt auch nicht. Aber wenn man da mal einen schönen Rücksetzer bekommt, kann man sich das, finde ich, durchaus überlegen, weil man mit einem sehr soliden Geschäftsmodell schöne Kursperformance einfangen kann und eben auch eine wunderschöne Dividende oder Dividendenhistorie auch mit dazu bekommt auf seinen Burger. Das finde ich schon toll und das will ich in dem Fall honorieren. Das war also das erste Unternehmen, McDonald's. Jetzt gehen wir zum zweiten Unternehmen. Wir gehen zu George & Dwight und auch da, muss ich sagen, würden die meisten wahrscheinlich sagen, naja, George & Dwight, ganz ehrlich, das ist halt so ein solides Ding, das hat man irgendwie als Diversifikationsgründen im Depot, um jeden Sektor mal so ein bisschen abzudecken und so weiter. Ja, das hat man schon, aber auch George & Dwight hat es sogar noch stärker geschafft, als McDonald's in den letzten zehn Jahren den S&P 500 out zu performen. Also den Vergleichsindex, wir sprechen hier ja von amerikanischen Unternehmen, deswegen würde ich sagen, ist der Vergleich einfach da auch ganz, ganz passend. Wir gehen zu George & Dwight, also was machen die? Wir sind im Konsumer, ganz klassisches Basiskonsummodell. Es geht hier um, ja, Basiskonsumprodukte, also Produkte, die wir immer brauchen. Das ist jetzt zum Beispiel Spülmittel, Waschmittel. Es geht um Deos, es geht um Rasierer, um Rasierschaum. Es geht um ganz viele Dinge, um Tiernahrung, aber einfach Dinge des alltäglichen Lebens, was man einfach braucht. Es geht um Hygiene, es geht aber auch um Backpulver natürlich auch, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, der größte Backpulverproduzent in den USA. Wir haben die Marken hier, Arm & Hammer, die sind unglaublich beliebt und bekannt in den USA. Wir haben OxyClean, wir haben Extra. Dann haben wir Trojan, da geht es um Kondome. Es geht um First Response, Rap Age, oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Also wir kennen sie bei uns in Europa eher weniger. Es ist natürlich eher eine amerikanische Marke oder amerikanische Marken, Judge & Dwight, Vita Fusion, PB8, Lil Critters. Es geht, wie gesagt, viel um Dinge, die man einfach im alltäglichen Leben braucht. Um Hygiene, um Konsumprodukte, Healthcare und so weiter. Also wirklich, ja, breit gefächert eigentlich. Sie machen jetzt keine Nahrung, wie jetzt andere Hersteller. Es geht nicht um Babywindeln, glaube ich. Das jetzt noch nicht, könnte in Zukunft vielleicht auch noch kommen. Aber das ist ganz, ganz klar. Hier geht es also um, ja, habe ich ja schon gesagt. Also diese ganze Waschmittel, Reinigungshygienesache, da sind sie wirklich, wirklich stark aufgestellt. Judge & Dwight, Personal Care, so kann man es vielleicht ausdrücken. Das sind die ganzen Marken, es sind, glaube ich, 16 Powerbrands, 15 oder 16 Powerbrands, die sie haben. Und darauf konzentrieren sie sich. Das mag ich sehr, sehr gerne an dieser Firma, dass sie nicht 200 Mark im Depot haben oder im Portfolio, sondern dass sie sich konzentrieren auf diese wichtigen, auf diese Kernprodukte, die sie haben und die aber auch unglaublich pushen und fördern und dann nur Stück für Stück immer mal wieder mal neue Marken ins Depot kaufen in ihr Portfolio und dann aber auch daran festhalten und die wirklich extrem pushen. Jetzt gehen wir aber mal, das wollt ihr wissen, auf die Kursperformance. Was hat denn Judge & Dwight innerhalb der letzten 10 Jahre eben geschafft? Und die sind schon bei über 200 Prozent. Also ein sehr, sehr langweiliges wieder. Unternehmen wie Judge & Dwight, Basiskonsum, hat es also geschafft, diesen großen S&P 500 zu schlagen mit seinen ganzen Tech-Werten wie Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla und so weiter. Natürlich jetzt nicht nur, die haben ja auch andere Sektoren dabei. Aber das finde ich schon beeindruckend, dass man das mit so einer Firma wie Judge & Dwight eben geschafft hat. Jetzt nur in der Kursperformance 206 Prozent innerhalb der letzten 10 Jahre. Im Vergleich zum S&P 500 haben wir ja gesagt, irgendwie 150 Prozent ein bisschen drüber. Das ist schon wirklich deutlich, finde ich toll. Und das kann man wirklich würdigen. Wir gehen aber auch weiter zur Dividenden-Historie. Weil die Dividende spielt natürlich bei Judge & Dwight auch eine Rolle. Die kommt ja nochmal on top. Wir haben also den konsumunzyklischen Bereich. Haushaltsprodukte, also da sind sie wirklich sehr, sehr fest eingesessen. Haushaltsprodukte Judge & Dwight. Mitarbeiter 5.000, der Börsenwert bei 22 Milliarden. Das ist auch der ein Grund, warum ich sie mit im Depot habe. Weil ich finde, das ist auf jeden Fall noch ein Börsenwert, wo man noch schön wachsen kann. Das sind noch keine 200 Milliarden, keine 300 Milliarden. Da kann man wirklich auch noch schön wachsen in Zukunft. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist noch nicht eine riesengroße und gehypte Firma. Das finde ich toll. Aber ein absolutes Basis-Invest bei mir im Depot, weil sie einfach so unglaublich solide sind. Das hat man im Chart ja auch gesehen. Ein schöner straight nach oben, links, also links, unten, rechts, oben Kurs. Genau wie bei McDonald's eben auch. Ein bisschen anfälliger vielleicht als McDonald's, das ist jetzt schon. Aber bietet natürlich auch immer wieder sehr, sehr schöne Einstiegsmöglichkeiten bei Judge & Dwight, wenn man sie eben unten auch bei so einem Tief erwischt. Wir haben die Dividendenrendite. Die Dividendenrendite ist jetzt nicht super, super hoch, ist bei 1,14%. Aber trotzdem irgendwie auch, ja, man kriegt auf jeden Fall was. Das ist schon mal schön. Immer noch mehr als jetzt bei so, keine Ahnung, bei der Mastercard oder bei einer Visa oder so, die natürlich schöne Dividendenwachstumsmonster sind. Aber das ist trotzdem okay, 1,14%. Dividenden im Jahr sind es natürlich vier. Wir sind ja in den USA. Steigert seit 26 Jahren die Dividende, keine Senkung seit 32. Übrigens auch ganz spannend, das habe ich im Dividendenlegenden-Video, kann ich nochmal verlinken, auch nochmal festgestellt. Judge & Dwight zahlt seit über 100 Jahren Dividende. Das heißt nicht, dass sie seit 100 Jahren erhöhen oder sie auch nicht gesenkt haben. Sie haben sie zwischendurch mal gesenkt, aber sie zahlen seit 100 Jahren auf jeden Fall Dividende. Mal ein bisschen mehr, mal weniger, aber seit 100 Jahren auf jeden Fall gezahlt und seit 26 Jahren, also ein Dividendenaristokrat, ein lupenreiner Dividendenaristokrat, seit 26 Jahren steigern sie sie eben auch am Stück. Stabilität ist bei 0,98 von 1, also ist auch sehr, sehr stabil. Payout auf den Gewinn und auf den Free Cashflow gefällt mir bei dieser Firma einfach auch so unglaublich gut. Nur bei 30%, also ist einfach noch so, so viel Spielraum da für weitere Erhöhungen oder eben auch um weiter zu investieren in das Business, das ist wirklich, wirklich toll. Steigerung der letzten 5 Jahre im Schnitt bei 4,97, das ist jetzt nicht überragend hoch, aber immerhin Steigerung der letzten 10 Jahre bei 7,18%. Die nächste Steigerung erwartet ist bei 3,81, also keine Dividendenwachstumsmaschine, das ist jetzt nicht, aber eben Stück für Stück steigert Judge & Dwight eben die Dividende und da bin ich persönlich davon überzeugt, dass es auch weiterhin einfach so weiterlaufen wird, was man eben auch schön sieht beim Payout auf den Free Cashflow vor allem, dass da einfach noch genug Spielraum ist und das Geschäftsmodell einfach so solide ist, dass da einfach wenig oder wenig irgendwie aus der Bahn werfen kann. Das ist einfach, das gefällt mir unglaublich gut an Judge & Dwight. Das war also das zweite Unternehmen, das es geschafft hat, den S&P 500 in den letzten 10 Jahren zu schlagen. Wir gehen jetzt zum dritten Unternehmen. So und wir sind jetzt angekommen bei Costco Wholesale und da würde der eine oder andere von euch vielleicht sagen, ja das ist doch eigentlich, die sind doch im zyklischen Bereich auch angesiedelt, eigentlich wie in den McDonald's, aber auch da muss ich sagen, wenn man sich mal die Umsätze und die Gewinne anschaut und auch den Aktienkurs, sehe ich persönlich irgendwie gar nichts Zyklisches in diesem Geschäftsmodell. Bei Costco, sie sind in dem Sektor eigentlich zyklisch, ich finde sie gehören eigentlich in den unzyklischen, also in den Basiskonsumbereich, wie alle von diesen drei Unternehmen, also meiner Meinung nach. Bei Judge & Dwight ist es noch am offensichtlichsten, bei McDonald's und bei Costco würde ich persönlich das aber auch so einordnen. Zeige ich euch gleich mal, warum ich das so sehe. Was macht Costco Wholesale? Die sind im Endeffekt so ein Großwarenlager. Also du kannst im Endeffekt mit einer Gebühr, du zahlst eine jährliche Gebühr und dann kannst du ganz, ganz günstig große Mengen an Produkten, an günstigen Produkten einkaufen mit deiner Mitgliedskarte sozusagen, mit deiner Mitgliedschaft. Das ist also das Geschäftsmodell bei Costco. Ganz, ganz viele Mitgliedschaften, um eben Produkte günstig und günstiger als bei anderen Konkurrenten anbieten zu können. Das finde ich ein sehr, sehr cleveres Geschäftsmodell. Du zahlst also deine, ich weiß jetzt nicht, wie viel es ist, lass es vielleicht 50 Dollar im Jahr sein oder so und kannst also dadurch einfach sehr, sehr günstig einkaufen und dann auch in großen Mengen, wie so eine Metro vielleicht bei uns so vergleichbar und kriegst im Endeffekt auch wirklich alles. Da kriegst du alles von Hygieneartikeln über Katzenstreu, aber auch Pfannen. Du kriegst auch Apotheken, also Medikamente, Apothekenzubehör und so weiter. Apothekenzubehör, also Medikamente und so weiter. Man kriegt da relativ viel, wirklich Jacken, Schuhe, also wirklich breit gestreut. Deinen Fernseher kannst du da kaufen und so weiter und so fort. Ja, mit, ich meine, du kannst auch dein Wohnzimmer und dein Schlafzimmer einrichten. Auch sehr, sehr spannend. Also wirklich im Endeffekt alles. Und das ist schon sehr, sehr beliebt. Hier auch dein iPhone, dein neuestes. iPhone 15 Pro kannst du kaufen, Titanium. Deine Apple Watch. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend und vor allem eben spannend, weil man eben durch diese Mitgliedschaft eine sehr, sehr schönen kontinuierlichen Cashflow auch generiert mit dieser Firma. Und das spiegelt sich eben auch in dem sehr stabilen Geschäftsmodell wieder und auch in den Kursen, den Einnahmen, den Umsätzen, Gewinnen. Das ist schon wirklich, wirklich clever, finde ich. Costco ist vor allem in den USA vertreten, aber auch in Kanada und ein bisschen in Mexiko, glaube ich, eben auch. Habe ich sie auch schon gesehen. Auch ganz interessant. Walmart hat so einen kleinen Konkurrenten auch aufgebaut. Das ist, glaube ich, Sam's Club. Die verfolgen so ein ähnliches Modell. Aber Costco ist schon wirklich sehr, 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 sehr etabliert und funktioniert wunderbar, dieses Geschäftsmodell. Vor allem wahrscheinlich auch in der Krise, wo die Leute eher weniger ausgeben wollen. Dann ihre Costco-Mitgliedschaft lieber behalten und da eben günstig einkaufen können. Wir gehen jetzt mal auf den Aktienkurs und der ist wirklich beeindruckend. Das beeindruckendste von diesen drei Firmen, was ich jetzt dabei habe, von diesem Basiskonsumbereich. Und wir schauen uns mal den Chart an. Mal ganz ehrlich, da kann man nicht davon sprechen, als wäre das wirklich eine super zyklische Firma. Kann man, finde ich, wirklich nicht sagen. 424 Prozent an Kursperformance der letzten zehn Jahre ist wirklich beeindruckend bei einer Firma wie Costco. Und die haben ein wirklich gutes Wachstum auch. Da muss man wirklich sagen, wir schauen mal, was jetzt hier der Aktienguide nochmal sagt. Das Umsatzwachstum bei 8,23 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate ist das. Das ist für so einen Wert auch gar nicht so schlecht. Die sind aber eigentlich noch bei stärkeren Wachstumskursen eigentlich oder Wachstumsraten. Geht natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen zurück, jetzt auch wegen der aktuellen Krise. Das ist natürlich auch klar. Aber sie wachsen immer noch, wenn man sagt, mit acht Prozent im Jahr. Na, schafft das auch nicht jeder. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Firma. Costco Wholesale. 424 Prozent innerhalb der letzten zehn Jahre. Wir gehen auf die Dividende, weil auch die, die kann sich auch sehen lassen. Also ein Handelsdiscounter. In diesem Sektor sind sie quasi angesiedelt. Wie gesagt, auch der Aktienfinder und auch andere Portale würden sie als Konsum zyklisch einordnen. Ich würde es nicht machen. Ich würde es als unzyklisch eigentlich einordnen. 304.000 Mitarbeiter, also auch wahnsinnig groß. 233 Milliarden schwer an der Börse. Auch wirklich sehr, sehr groß die Firma schon. Die Dividendenrendite. Jetzt haben wir hier so einen Klassiker. 0,69 Prozent ist echt nicht hoch. Ist nicht hoch. Aber wir haben ein wunderschönes Dividendenwachstum und auch einen wunderschön geringen Payout. Also seit 18 Jahren steigern sie die Dividende. Es ist noch kein Dividendenaristokrat. Man spricht ja in dem Bereich von einem Dividendencontender, glaube ich. Wenn man bis zu Dividendenaristokraten spricht, man von einem Dividendencontender. In dem Bereich sind sie gerade bei 18 Jahren am Stück die Dividende gesteigert. Stabilität bei 0,97 von 1 ist auch sehr stabil. Payout auf den Gewinn und auf den Free Cashflow ist nur bei 29 Prozent. Also auch sehr, sehr starke Werte. Steigerung der letzten 5 Jahre bei 12 Prozent. Steigerung der letzten 10 Jahre im Schnitt bei 12 Prozent. Und Steigerung erwartet bei 3. Da wird jetzt relativ wenig erwartet. Das weiß ich jetzt nicht, ob es so wenig dann ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber mal schauen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Dividendensteigerungsrate auch. Wir haben zwar die Dividendenrendite ist nicht besonders hoch, aber die Dividendensteigerung ist sehr, sehr stark. Über 10 Prozent, 12 Prozent der letzten 10 Jahre im Schnitt. Das ist schon wirklich, wirklich stark. Also auch Costco Wholesale hat es geschafft, den S&P 500 in den letzten 10 Jahren und zwar deutlich zu schlagen. Also doppelt so stark zu sein. In der Performance ist es schon wirklich beeindruckend. Und alle anderen haben es aber auch geschafft. McDonalds hat es geschafft, George & Dwight und eben Costco Wholesale. Ziemlich beeindruckend, weil man immer sagt, ja, der Basiskonsumbereich ist so ein bisschen langweilig und ja, damit kann man ja keine Outperformance erzielen. Doch man kann es. Das heißt aber nicht, dass es in den nächsten 10 Jahren auch wieder so ist. Ich wollte in dem Video es einfach mal zeigen, dass es eben auch langweilige Unternehmen gibt, die es geschafft haben. Es gibt aber auch Unternehmen, die es nicht geschafft haben. Bei einer Coca-Cola müsste ich mal nachschauen. Ich glaube, die haben es zum Beispiel nicht geschafft, jetzt in der Kursperformance den S&P 500 zu schlagen. Ja, genau, das müsste ich mal nachschauen. Kann ich ja nochmal nachliefern, vielleicht in den Kommentaren. Es gibt eben auch Unternehmen, die es nicht geschafft haben. Aber es gibt auch genug, die es eben bewiesen haben, es geschafft zu haben. Das ist wirklich beeindruckend. Und eben würde ich diesen Sektor mal so ein bisschen nach oben heben, Basiskonsum, der für mich in jedem Depot auch vertreten sein sollte. Natürlich auch für die Stabilität. Das ist ganz klar. Schwank nicht so stark wie Tech zum Beispiel. Aber eben auch für diese stabile Kursperformance, die man eben auch bekommt. Inklusive wunderschönen Dividendensteigerungen oder Dividendenrendite. Je nachdem, was man eben im Depot hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei dem Video dabei wart. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal, welche Basiskonsumtitel habt ihr im Depot. Welche von denen dreien habt ihr auch im Depot und könnt ein bisschen nachvollziehen, dass es vielleicht auch spannend sein kann, solche Unternehmen im Depot zu haben. Würde mich sehr freuen über Kommentare und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich bin der Konsti. Der Kanal heißt einfach Aktien. Ich freue mich auf alles, was mit euch hier auf dem Kanal kommt. Vielen, vielen Dank und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.